Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr einschaltet zu diesem kleinen Update-Video. Ich möchte heute mit euch einfach mal kurz über ein paar Dinge sprechen. Eines davon ist auf jeden Fall zu Beginn, was sich im Discord verändert hat. Das andere Thema ist Surfskating, über das ich reden möchte. Das andere vielleicht allgemein noch zum Thema Veränderung im Leben. Ich mache ja gerade eine Veränderung auch durch. Mehr dazu aber auch noch gleich im Video. Und ich möchte auch noch kurz über die Kurse reden, die ich gemacht habe. Denn ich habe zumindest ein paar Anfragen bekommen. Ich soll einfach ein Update machen, sobald die Kurse online sind. Fangen wir einfach vielleicht dann gerade mit dem letzten an. Die Kurse sind jetzt online, die ich schon angekündigt habe im letzten Video. Falls ihr euch dafür interessiert, ich denke es werden nicht viele sein, aber falls sich welche von euch dafür interessieren, weil es ja ganz andere Themen sind, unten findet ihr dann den Link dorthin. Und ich werde da einfach, glaube ich, mal die Pforten öffnen. Ich muss mal gucken, was ich da so anstellen kann. Auf jeden Fall. Das andere Thema ist Discord. Und da hat sich jetzt kürzlich was getan. Am Vatertag habe ich es mal wieder geschafft und habe mich mit dem Eviolet hingesetzt im Discord. Und wir haben ein bisschen darüber geredet, über die Zukunft vom Discord sind ja wenigstens auch, glaube ich, 600 oder 630 Mitglieder, sowas, drin gewesen, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Und ich war ja da nie besonders aktiv, weil Discord war immer so ein, das war halt so ein Ding, was man hat. Und wir haben einen Clan gemacht, mal für dieses Game, für jenes Game. Und da hatte man vielleicht mal die Möglichkeit, einfach zusammen zu zocken. Es gab ein paar Games hier auf dem Kanal, wo ich wusste, okay, da ist die deutsche Community ziemlich klein. Und deswegen konnte man den Discord natürlich dann dafür gut nutzen und zu sagen, hey Leute, wenn ihr irgendwo miteinander kommunizieren wollt, hier geht gerne auf den Discord. Und dann könnt ihr da zusammen zocken. Dafür war das Ding eigentlich da. Ich habe mittlerweile gehört, es gibt da die Möglichkeit oder wird die Möglichkeit irgendwann kommen, damit Kohle zu verdienen und so. Es ist gar nicht mein Sinn und Zweck gewesen mit dem Ding, ist es auch jetzt nicht. Deswegen, ich habe die Eigentumsrechte von dem Discord eViolet gegeben, weil eViolet, ja, der ist eigentlich so gut wie seit Beginn dabei, seit ich den YouTube-Kanal wieder betreibe oder betrieben habe zum Gaming. Und wir kennen uns quasi schon lange und auch schon eigentlich vor dem YouTube-Kanal, als ich noch eine andere Seite hatte. MMO Master hieß die. Und deswegen habe ich des guten Gewissens auch ihm übertragen, einfach, dass er da volle Möglichkeiten ausschöpfen kann, wenn ich nicht erreichbar bin oder keine Zeit habe und was auch immer. Das heißt, er macht jetzt gerade Veränderungen beim Discord. Da fingere ich gar nicht mehr rein, halte ich meine Finger nicht mehr drin in dem Ding. Hatte ich sowieso kaum. Und ich habe einfach nur gesagt, wenn ich mal ein Video mache, dass das weiterhin auf dem Discord in meinem kleinen Update-Kanal kommt. Das ist das Einzige, was ich behalten möchte in dem Discord. Der Rest wird von anderen Leuten jetzt entschieden, nicht mehr von mir. Nur, dass ihr das wisst. Link vom Discord ist auch unter jedem Video immer dabei gewesen. Guckt gerne rein, falls ihr noch nicht im Discord seid. Diablo 4 wird gezockt und mit Sicherheit weitere RPGs, Hack'n'Slay Games, in Zukunft Path of Exile 2 bestimmt. Und wahrscheinlich auch noch einige andere. Falls euch das interessiert. Dann kommen wir jetzt mal zu den zwei anderen Themen noch im Video, was ich mir aufgeschrieben habe, damit ich es nicht vergesse, nämlich Surfskating. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass ich mir ein Longboard gekauft habe. Habe ich auch. Also das Brett auf jeden Fall. Habe dann aber, ja, je länger ich darüber nachgedacht habe, weil ich habe noch auf die Achsen und die Rollen gewartet. Und dann habe ich mich weiter halt noch intensiver befasst. Welche Sachen kann man da machen auf dem Longboard mit dem Dancing. Und dann habe ich so ein paar Trockenübungen gemacht auf dem Board. Und dann ist mir einfach aufgefallen, oh je, Junge, du bist halt auch schon Mitte 30. Und diese Cross-Steps, die du da machen kannst und so, da habe ich gedacht, oh, wenn ich mich da vertrete, ich weiß es nicht. Kann sein, mir macht das gar nichts aus. Und ich bin immer noch topfit wie Anfang 20. Oder ich bin es halt nicht mehr. Und wenn ich mir in meiner Lebenssituation jetzt momentan, sage ich mal, zum Beispiel Fußgelenk breche oder so, habe ich gar keine Lust drauf. Also mir geht es nicht darum, dass ich Angst vor dem Schmerz habe oder so, sondern einfach, wie mich das behindern würde, meinen Alltag zu bestehen, sage ich mal so. Weil ich sonst kaum Unterstützung habe. Und vieles hängt an mir, vieles hängt von mir ab. Deshalb muss ich auch gucken, dass ich da möglichst verletzungsfrei bleibe. Deswegen habe ich, während ich dann mit dem Thema so mich rumbeschäftigt habe, habe ich ein bisschen über Surfskating gelesen. Und dachte mir, Mensch, das könnte es doch sein. Da ist es nicht so viel mit so Cross-Steps und irgendwelchen Grabs und Tiger-Claw und was es auch immer alles gibt. Sondern es geht um die Surfbewegung, die man macht auf einem echten Surfbrett. Und das halt eben auf dem Asphalt. Ich denke, das werde ich schnell lernen, weil ich auch Snakeboard gefahren bin früher mal und das ein bisschen gelernt habe, zumindest grundlegend. Das heißt, die Bewegung ist etwa ähnlich. Und das habe ich jetzt vor. Ich warte jetzt gerade noch drauf, dass ich das bekomme. Und dann werde ich mit Sicherheit hier auch mal ein Video raushauen zum Thema Surfskating. Einfach mal so. Warum nicht? Also wie gesagt, wie auch beim letzten Video gesagt, kein Ziel. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum letzten Thema heute für das Video. Und zwar Veränderung. Und ihr seht jetzt, die Wand hinter mir zum Beispiel ist blank. Ich habe einfach gesagt, okay, das Thema ist quasi hinter mir gewissermaßen. Da drüben steht noch die Diablo 4 Trophäe. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Mal gucken. Aber auf jeden Fall habe ich einfach Platz für neue Sachen geschaffen. Auch bei mir selbst und neue Ideen, neue Möglichkeiten und neue Entwicklungen anzustoßen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Und je länger ich darüber nachgedacht habe bis jetzt und je länger ich darüber nachdenke, umso besser fühlt es sich an. Ich bin noch lange nicht am Ende, was meine Lebensziele angeht und was meine Motivation angeht und meine Kraft angeht, soweit ich das bisher zumindest spüre. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sich in mir Dinge verändern. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann damit auch falsch liegen, weil ich ja keinen Einblick habe in viele Menschen. Und zwar besonders nicht so einen Einblick habe in allzu viele Menschen da draußen, weil viele Menschen geben einem diesen Einblick ja gar nicht. Aber soweit ich es von außen betrachtet wahrnehme, kommt es mir nicht so vor, als ob sich allzu viele noch verändern wollen oder verändern können. Aus welchem Grund auch immer. Oder es schaffen sich zu verändern. oder die Beine in die Hand nehmen und sich dann verändern wollen. Diese Motivation dazu haben oder dieses Feuer anmachen, um das in Gang zu bringen, sondern dass es eher in die Richtung geht, ey, ich mache das jetzt schon so ewig, dies und das. Ich mache das einfach genauso weiter und lasse mich alle in Ruhe. Ich kann mich gern irren dabei, aber das ist der Eindruck, den ich habe. Von den Menschen, die ich so wahrnehme, die, weiß ich nicht, 20 bis 50 Menschen pro Tag, die mir über den Weg laufen, gewissermaßen, mehr oder weniger mal. Und da komme ich jetzt noch zu einem wichtigen Punkt, den ich noch mit ins Video nehmen wollte. Ich habe letztes Jahr was ziemlich krasses gemacht, was einige mitbekommen haben. Zumindest, dass ich was krasses gemacht habe. Ich habe nicht beschrieben, was ich gemacht habe, weil ich möchte jetzt nicht so sehr so diese ganz privaten Details hier, weiß nicht, auf YouTube ausbreiten, sage ich mal. Aber mir ist dadurch aufgefallen, dass ich das absolut gebraucht habe, weil wenn du dich umgibst, wenn du umgeben bist von Menschen, die ganz anders sind als du, die gar nicht so ticken wie du, die ihr Leben ganz anders leben wie du, und du willst dich verändern, dann wirst du es nicht schaffen. Meistens, glaube ich, wirst du es nicht schaffen. Das ist mir aufgefallen. Du musst quasi einen Schritt zurücknehmen, damit dir erst mal auffällt, dass diese ganzen Tipps, dass die ganzen Gespräche, dass die ganzen, wie du auch beurteilt wirst, teilweise im negativen Sinne auch verurteilt wirst, was dir jemand als seine Weisheit verkauft, wie dich jemand behandelt, wie jemand denkt, dich gewissermaßen vielleicht auch noch in einem negativen Sinne erziehen zu wollen auf Umwegen oder wie andere Menschen einfach ihren Charakter aufgebaut haben, wie sie sich verhalten im Leben und was sie dann wie rechtfertigen, auf welche Art und Weise, wie sie zum Beispiel rechtfertigen, wie sie sich gegenüber dir verhalten und wie sie sich gegenüber dir verhalten dürfen, wie sie sich gegenüber dir verhalten können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wie ich herausgefunden habe, die man beachten sollte, wenn man darüber nachdenkt, mit wem man sich umgibt, mit welchen Leuten und von welchen Leuten man umgeben ist. Denn diese Leute, die das in ihrer Art und Weise machen, so wie man es selber ja, man macht ja selber auch seine Dinge und man verhält sich ja selbst auch auf eine gewisse Art und Weise, aber wenn die Lebenswege und die Lebensart sich zu stark voneinander unterscheidet, kommt es meistens, denke ich, auf als Konsequenz darauf hinaus, dass es eher zu Meinungsverschiedenheit, Meinungsverschiedenheiten sind ja nicht schlimm, aber dass es vielleicht auch zu Streitereien kommt, zu Missverständnissen kommt oder zu Entwicklungen, die nicht gut sind, sage ich es mal grundlegend einfach so, Entwicklungen, die nicht gut sind, für den einen oder für den anderen oder wie auch immer. Und deswegen ist es einfach so wichtig, wie ich für mich mittlerweile einfach weiß, genau zu gucken, mit wem umgebe ich mich, wem öffne ich mich und wem erzähle ich was. Und denn zum Beispiel Gedanken oder Träume und Vorhaben, Ziele können kaputt gemacht werden oder zumindest gestört werden, wenn du welche hast und die denkst, mit jemandem zu kommunizieren und jemandem darüber zu erzählen, der aber gar nicht so einen Weg geht wie du. Es ist immer eine Gefahr dabei, dass zumindest eine negative Energie zu dir zurückkommt und keine positive. Also nicht dieses, da kommt dann dieses, wie hieß der eine Kabarettist, ich weiß gerade nicht mehr, der sagte, da kommt dann die Reaktion, warum, warum willst du das machen? Das ist die eine Reaktion und die andere Reaktion ist, warum nicht? Warum solltest du nicht? und es sind zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Sache. Warum solltest du im Leben das nicht machen, was du jetzt gerade völlig mit Feuer und Flamme erzählst und die anderen reagieren, warum willst du das machen? Warum willst du das jetzt machen? Und es ist, wie ich gemerkt habe, einfach unglaublich wichtig für die Veränderung von dir selbst, dass du genau analysierst, mit was und wem du dich da umgibst. Denn diese Einflussnahme, auch bewusst oder unbewusst, in beiden Formen, kann dich extrem daran hindern, dich weiterzuentwickeln, dich zu verbessern und deinen Weg zu gehen. Es ist dein Weg und nicht von jemand anderem den Weg. Und wenn du, ja, verschiedene Probleme damit haben kannst, wenn du von sowas oder von so Leuten umgeben bist, zum Beispiel immer entmutigt zu werden oder immer dafür kritisiert zu werden oder sogar belacht zu werden oder Steine in den Weg zu bekommen, dafür zum Beispiel sogar. Oder halt eben ständig eine gewisse Form von Unzufriedenheit, von Enttäuschung, von Nichtstolzsein zum Beispiel auch, sowas immer als Konfrontation mit dir zu haben. Du kannst der Sache ja gar nicht gerecht werden, kannst du nicht. Und dass sich das ändern würde, er würde ja erfordern, dass die Gegenseite zum Beispiel viel weltoffener wäre oder einfach offen wäre und seine Erwartung einfach zurücksetzt an jemand anderen zum Beispiel, anstatt die Erwartung aufzuzwängen und anstatt die Erwartung mitschwingen zu lassen in jeder Minute. Oder eben auch versuchen, Einfluss zu nehmen und auf Umwegen zu versuchen, einzugreifen, was ja ganz und gar nicht gut ist. Und seitdem ich das gemacht habe, wo ich glaube, dass es wahrscheinlich 80% der Leute nicht machen würden in dem Fall, in der Situation nicht machen würden, weil das, was ich gemacht habe, quasi sind lauter negativ. Es sind keine Vorteile, die ich daraus hatte auf den ersten Blick. Es sind nur Nachteile gewesen. Es wurde alles schwerer, es wurde alles komplizierter, es wurde alles anspruchsvoller, es waren schwierige Zeiten, schwierige, anstrengende Zeiten. Also durch die Entscheidung, die ich letztes Jahr getroffen habe, habe ich nur Nachteile gehabt. Aber je mehr Zeit vergangen ist, weil ich auf die Stimme hier drin gehört habe, je mehr Zeit vergangen ist, umso stärker wurde die Stimme da drin und hat mir gesagt, du lagst verdammt richtig. Und das ist das, was ich heute einfach im Video von mir persönlich noch mitgeben wollte, falls sich jemand dafür interessiert. Ich weiß, wir sind ja auch von einem ehemaligen Gaming-Kanal, aber das war das, was ich einfach noch mitgeben wollte. Falls ihr, falls du auch in so einer Situation vielleicht steckst, wenn du da irgendwas assoziieren kannst, und zwar der Ansporn, hör auf deine innere Stimme, wenn du merkst, dass da was ganz falsch läuft oder dass du dich mit ganz falschen Leuten umgibst und merkst, dass dich was ständig runterzieht, dass du ständig irgendeinen negativen Einfluss spürst, der von außen kommt, der von deinem Umfeld kommt, der bei jedem Treffen, bei jedem Treffen und du merkst es, weil keine Offenheit herrscht, weil keine Ehrlichkeit herrscht, weil niemand in deiner Umgebung zum Beispiel das einfach nach außen trägt, was er in sich drin hat, weil sich keiner offenbart, sondern jeder irgendwas vorspielt und vorkünstelt und alles immer nur gut ist. Wie geht's dir gut? Ach ja, gut. Wie geht's dir gut? Ach ja, gut. Wie geht's dir gut? Wenn du das merkst und du merkst, dass du eigentlich derjenige bist, der gibt und der sein Inneres nach außen trägt und dann dieses, was du nach außen trägst, versucht wird, zu zerhämmert werden von anderen irgendwie. Hm, was ist das? Komisch, weißt du? Wenn du das merkst, dann weißt du, dass du am falschen Ort bist und da gibt es, ich weiß es nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, dieses Sprichwort, aber wenn du in einer Umgebung bist, wo du das Gefühl hast, nichts wert zu sein, dann ist es nicht so, dass du nichts wert bist, sondern du bist in der falschen Umgebung. Die Umgebung ist falsch, nicht dein Wert ist falsch, nicht das, was du bist, ist falsch, sondern das, wo du dich bewegst, wo du bist, mit den Menschen, wo du bist, das ist falsch, das stimmt nicht, weil du bist auf jeden Fall was wert und du bist es auch wert, geliebt zu werden, du bist es auch wert, geschätzt zu werden und du bist es wert, respektiert zu werden und aufrichtig behandelt zu werden und wenn du ein offener Mensch bist und jemandem auch von deinem Inneren erzählst, dann kannst du eigentlich auch sagen, hey, warum öffnest du dich mir denn nicht? Warum nicht? Was ist dein Problem? Warum willst du dich mir nicht öffnen? gerade wenn man auch in der familiären Ebene redet. Und du kannst sowas du selbst nicht erzwingen, du kannst sowas auch nicht gewissermaßen verlangen, du kannst nur so sein, wie du bist, aber lass dich davon nicht zerstören und lass dich davon nicht abbringen, das zu machen, was du willst. Du musst das machen, was du willst und was du dir vorgenommen hast für dieses Leben, für dein Leben, weil nur du selbst weißt, in welcher Haut du steckst, nur du selbst weißt, in welchen Schuhen du läufst und nur du weißt, was dich glücklich macht und zufrieden stellt und was deine Ziele sind und was das ist, was du brauchst, um in deinem Leben dich wohl zu fühlen und gut zu fühlen. Nur du weißt das und es hat keiner das Recht, und auch mit seinem Verhalten nicht das Recht, auch indirekt nicht das Recht und auch nicht auf Umwegen und um die Ecke rum hinterlässt dich das Recht, dir da Steine in den Weg zu legen und dir quasi zu sagen, nein, du bist nicht gut so, nein, das ist nicht richtig so, nein, ich will nicht, dass du das so machst. Keiner hat das Recht dazu, solange du keinem davon auch im Weg rumstehst und belastest. Du kannst deinen Weg gehen und du solltest deinen Weg gehen und ich sage es euch, ich sage es dir, nach über einem Jahr, was vergangen ist, seit ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Ja, ich sage es wirklich, der Weg war schwer, anstrengend, heftig und es ist es auch noch weiterhin, aber oh, bin ich gewachsen, oh, bin ich besser geworden, oh, bin ich stärker geworden, oh, bin ich motivierter geworden, oh, bin ich klarer geworden, in meinem Kopf, was abgeht, in meinem Leben, was ich will, was ich brauche, was mich glücklich macht, womit ich zufrieden bin, was meine Ansprüche an mich selber sind und welchen Weg ich weitergehen möchte. Oh, Gottes Willen, bin ich weitergekommen damit. Deswegen brauche ich es auf keinen Fall und deswegen würde ich dir auch raten, wenn du sowas merkst und denkst, du willst dich verändern, aber du kommst einfach nicht weiter, vielleicht liegt es an deiner Umgebung und vielleicht solltest du dann auch, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, aber wenn du einfach in deinem Herzen spürst, da läuft was falsch, gänzlich falsch, extrem falsch, eventuell Konsequenzen ziehen, über die du zwar vielleicht vier, fünf, zehnmal drüber nachdenkst, ich habe bestimmt 30 Mal drüber nachgedacht, ob ich das mache, was ich letztes Jahr gemacht habe. Lange, lange habe ich drüber nachgedacht, Monate. Aber ich bereue es nicht und ich denke, wenn du es in deinem Herz spürst und weißt, du willst dich verändern und willst, wohin, wo es gut ist, weil du etwas Negatives spürst um dich herum und du musst etwas ändern. Ich würde es versuchen. In diesem Sinne, Leute, schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann wünsche ich euch was, vielleicht bis zu einem nächsten Video, wann auch immer. Viel Spaß euch, was auch immer ihr tut und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Ciao, ciao.